Nee, warte mal, 220 Stunden habe ich jetzt in dem Game. Ich habe das DLC komplett durchgespielt, mir fehlt nur ein Boss noch. Ein Boss fehlt mir noch. Weil die Area, in der der eine Boss ist, den ich noch nicht gemacht habe, habe ich noch nicht erforscht. Es gibt einige Builds, die ich actually probiert habe mit den neuen Waffen. Das war sehr fun. Ähm, wisst ihr, was ich beschissen finde, seine Level und so zu ändern, ist so fucking terrible in Elden Ring. Es ist so shit. Du hast eine limitierte Anzahl an Wiedergeburten, die du hast. Und danach ist es over. Halt, danach geht es einfach nichts mehr, was du machen kannst. Du bist einfach stuck auf dem, was du gelevelt hast als letztes. Es ist so bad. Es ist so bad designed. Vor allem im neuen DLC gibt es so viele neue, coole Waffen, mit denen du irgendwie herum experimentieren möchtest. Und dann hast du einfach so fünf Wiedergeburten und danach ist es over. Aber so ist es, es macht keinen Sinn. Keinen Sinn, es ist so bad. Drip-wise nehme ich das Outfit. Und maybe anstatt den Malekiths Handschuhen nehme ich manchmal die hier, auch wenn sie weniger Armor geben. Aber es gibt einige coole Armor Stücke. Das hier ist zum Beispiel ziemlich cool. Das ist diese Sauron Armor, diese Shadow Knight Armor oder whatever. Armor of Night. Die ist ziemlich cool. Fire Knight ist auch ziemlich cool mit diesem Cape. Boostet auch, glaube ich, Feuer Damage von Incantations und so. Die hier ist richtig gut, actually. Die finde ich nicht meint. Ey, das ist actually sogar schon eine gute Kombo. Look at this shit. Leider sind die Haare von der Maske irgendwie so komisch abgeschnitten. Aber die Armor ist sehr fucking nice. Es gibt eigentlich ziemlich viele coole Masken. Aber es sind alles Frauenmasken. Das ist kind of ass. Außer der hier, aber der sieht einfach gottlos fucking beschissen aus. Ruler Mask. Okay. Ah ja, die hier. Ah, eh die. Die sieht so gottlos scheiße aus. Also, ich weiß nicht. Jetzt kann ich mich irgendwie gegen eine Wand stellen und... I mean... Ich weiß nicht, womit du das pairn möchtest. I guess die Leather's Armor ist ganz cool dafür. Na, das sieht dogshit aus. Irgendwas halt nobleres. Oh mein Gott, ich hab vergessen, dass dieses armer Stück existiert. Die sieht so gut aus. Holy shit. Die Maske geht einfach mit allem. Es ist crazy. Die Maske ist so gut mit diesem Knochen davor. Hart. Schaut Discord und macht das Outfit nach. Okay, hold on. Okay, hold on. Let me cook. Okay, ich glaub... Actually, die hier ist probably am besten. Außer es gibt irgendwie noch eine Light Armor Version. Hm. Ich weiß nicht. Es ist halt so... Ich glaub, die passt noch am besten. Actually. Zu braun. Zu bäuerlich. Hm. I mean... Ja. Aber dieser... Wäre das hinten nochmal einfach nur weiß und so drüber hängt, wäre es legit perfekt. Es muss halt actually weiß sein und nicht so beige oder so. Ja, es sieht weiß aus auf dem Ding, aber... Oh, die sind eigentlich... Oh. Oh. Yes. Okay, warte mal. Dann nehmen wir sowas zum Beispiel hier. Ich glaub, das ist kein... Ich glaub, das ist kein... Das ist es kind of... Not really. Obwohl, gibt's eine bessere Version für... Wir brauchen halt irgendwas mit so einer... Ne, ich glaub, das ist das Beste, was noch rankommt. Wir bräuchten so eine Mischung aus dem hier... Und dem hier. Wenn die beiden Masken hier zusammenschmelzen würden, zu einem wäre es legit perfekt. Obwohl, wir könnten mal... Oh! Wait, ich hab ne Idee. Du kannst nämlich hier bei der Side of Grace... Kannst du... Äh, wo ist... Alter, 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 wait. Alter, Garments? Yes, Sir. Yes, Sir. Okay, wir können das ausprobieren. Vielleicht gibt's noch irgendwas anderes passendes. Aber ich glaub nicht. Und dann... Hold on. I think I just cooked. Riftis. Nah! Nah! I just cooked, bro. I just cooked with this shit. Nah, bro. I'm legit him. Wir können eigentlich malenium wegmachen. Das ist kind of wild. Nah, bro. Give me a fucking... TikTok edit, bro. What is this? This is so bad. Let's go. Fuck. Lol. Hat sich irgendwas selbst aufgesprengt. Ui! Mi-bam-bam! Stab! Oh, shit! Who is you? U-Zunge! Oh, hey. Die sind actually kind of nerf, ich find ich. Ja, genau deswegen. Oh, Alter. Cleanrod Night Sword. Das sind die Heavies. Lange Heavy. Ja, ist straight up einfach langweilig. Okay. Okay. Lol. Okay. Oh, ist noch ne Kiste. Hier ist doch safe was. Warte mal. Oh, keine Ahnung. Ich bin mittlerweile so fucking, ähm, paranoid, was Kisten angeht. Das DLC und generell. Also, im DLC haben sie komplett übertrieben mit Gegnern, die dich einfach die ganze Zeit jumpscaren. So crazy. Digga. Also, es gibt so viele Stellen, wo man hier irgendwo random hin kann. Oh, nein. Es hat wahrscheinlich einfach ein normales Moveset ansonsten. Oh. Okay, der ist kind of cool. Der ist ziemlich cool. Äh. Okay, es hat irgendeine... Ich hasse das, Mann. Jetzt weiß ich nicht, was es macht, weil ich es nicht verwenden kann. Und vielleicht ist hier noch ein Item. Huh. Kennt ihr das legit, wenn ihr so ein Game habt, wie zum Beispiel Raft und jetzt ihr schwimmt oder macht whatever und ihr schaut legit irgendwie so um die Ecke, Alter. Äh, das ist legit mir. Oh, nice. Äh. Omi hat angerufen. Oh, ich darf morgen einfach for free bei ihr Pizza essen, selbstgemachte. Auf süß. Indeed. Bro, ich war mit meiner... Ich glaube, ich habe das nicht mal erzählt, aber ich war mit meiner Oma, ähm... Relativ vor kurzem, ähm... Paragliden. So, actually fun. Sie hat sich das nämlich gewünscht. Sie wollten paragliden gehen, weil sie war schon... Sie ist meine Oma, ist fast 80, aber... Oh, ey. Ähm. Und sie wollte einfach mal unbedingt paragliden. Sind wir auch zusammen paragliden gegangen. Das war mega nass. Oh, wait. Elevator. Elevator, Alligator. Oh, das ist der Eingang zu Melenia. Bro, I'm him. I'm him. I'm him. She's dead already. GG. I won. I won. I dreamt for so long. My flesh was dull gold, and my blood rotted. Corpse after corpse left in my wake. As I awaited his return. Puh. Machen wir sieg. Ja, gleich. Gleich. I am Melenia. Blade of Mikkula. And I have never known defeat. Blade of Mikkula. We know the drill, okay? and I have never known defeat. Okay, hold on. Hold on, hold on, hold on, hold on. Oh Bro, I'm him. What? I died the fuck now what you can pause mid-fight the fuck Straight amal unterbrochen, die bitch Fuck off Hallo Fuck off Lass mich rennen Nein, ich lass sie nicht unterbrochen Nochmal Und jetzt Dunk Oh ne Fuck off So ein bullshit move Oh my god You know what? Ich möchte einmal mal probieren, wie es läuft mit Mimic-Tier Entweder ist es komplett horrible oder ich mach sie jetzt beim ersten Mal damit Komm Mimic-Tier, let's jump her ass Yes, kill her Fuck her up Boots Oh, oops Oh, fuck off Fuck off Fuck off I'm not losing my mind, I'm not losing shit She can fuck us both She can fuck us both Boots Fuck her up Fuck her up Fuck her up Wir haben sie aufm Boden lead, Junge Yes Oh, oh Danke Boots Wieder am Boden, Junge Yes Auf da Fick die, Alter Dank Komm Yes Boots Okay Minus 50 000 Aura I'm so sorry I'm so sorry Oh, what am I doing? I'm becoming one with the bram rod I'm not done yet bitch, I'm not done yet I still got it man, I still got it The scarlet bloom flowers once more It's a talk shit bro Oh wait, nein, 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 das war unabssüchtig Nein, nein bitte, nein Ich hab missklickt Ach, oh well Actually, ich könnte mein Mimic Tier legit sie 1v1 lassen Actually, es gibt nen Trick, wie ihr jeden Boss first tryen könnt Hold on, basically, also außer ihr seid beschissen, so wie ich Ihr braucht mindestens ein Item dafür und das ist das hier Das Ding ist, das hielt dich full Oder, warte mal, das hier Restores HP, but also poisons the user Die Mimic Tier kann keine Flasks verwenden, aber es kann dieses Item verwenden und es kann nicht, äh, vergiftet werden, das heißt, das Mimic Tier kann sich einfach unendlich aufteilen, basically Ok, wir werden hier Okay, wir werden hier Hu, 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 hu Heine! Oh, ok I'm waiting, I'm waiting, I'm waiting Boots! Boots! Oh, jetzt hat er zum Beispiel geedet Auch wenn fast full live, aber Nice Stop da Er hat sich wieder gehealt Er ist full live wieder Er kann das doch endlich oft machen, es liebt ihm nicht Oh nein 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 Sie rasiert mein Arschloch Okay we meet here, let's jump her ass Together! Ja okay, ist halt mit Full Left, wie den Facken hier. Boom! Boom! Holy Shit! Oh! Nein! Ich bin... Ich hab nicht... Ich hab nicht... Nein! Wrong input! Fight that! Fight that! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ja. Shit. Wait. Wait, er macht es! Er macht es! Mimik dir! Oh. Ups. Sehr gut. Yes! Ich ill unter der... No! Sie lief schon wieder! Nein! Oh! Nein! Lass mich doch ransteppen! Jetzt müssen wir es schnell fertig machen ansonsten macht sie bald ihren... Öööö... not good. Öööö... not good. Ah Hellna. Ah Hellna! oh... oh geil. NEEEEH translation Ohh nööööööö Ohh nöööööö. Nicht der Pulschen nomoooöööööö. Und stop?! Ja, 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 ja. Oh, Helena. Sie macht's schon wieder. Ist doch eine scheiße Spammer mit! Ah! Fuck you! I hope your family has a nice Christmas! Digga, wie lang rennt sie? You bastard! Shit, ich dachte, ich kann sie da abweichen im Angriff. Ist doch nicht, du Bastard! Nein! Mach was! Oh! Yes, 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 yes! Lass mich ran! Boots! Okay. Mopsy, Mopsy, yes! Sie ist am Boden! Draufhauen, Junge! Yes! Yes! Na! Oh, es lebt noch! Ja, noch mal drauf! Es lebt noch! Nein! Nein! Fuck, Bro, Mimic T is doing the job, man! Oh, shit! Kill her! No! 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 Oh, mein Gott! Es ist der berüchtigte Stunlock, von dem alle sprechen! Ah, Helena! Ja! Instant Stunlock incoming! Yes! Puh! Synchron, Alter! Ah, shit! Jetzt! Ah, Helena! Nein! Lass ich nicht aufspießen, du Sohn! Oh! Jetzt! Hab ich schon wieder nicht! Krill, Alter! Shit! Mimic T hier soll sich healen, Alter! Jetzt ist es bald over! Okay, nice! Nice! Digga, der heals hier nicht! Nice, okay! Er hat sich heals, sehr schön! Yes! Nein, ich hab den Attack wieder vergackt! Oh, nee! Okay! Okay, es sieht gut aus! Es ist, wir sind... Almost, der! Jetzt darf ich einfach nicht gewohnshotet werden Und der Mimic Tier soll einfach nicht trollen Actually... Let him do it! Let him do it! Mimic Tier! Nah, Bro! Nah, Bro! Nah. Nah, I'd win. Shut the fuck up, man. Get you squiggly-diggly ass out of here, man. She! And you love us, and you love us.